Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Keine Ahnung... Nea, könntest du uns das verraten? Was ist das wohl? Keine Ahnung, wie ihr das genannt habt. Also, es heißt... What. The. Fact. Nein, es ist nicht deine Nachmache. Es heißt WTF. Und auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Ja? Okay. Habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Die Zuschauer... Auf jeden Fall, wir werden uns jetzt gegenseitig die Fragen stellen und uns gegenseitig ins Gesicht werfen. Ja, aber ich nicht. Also, ja. Die abwerfen halt. Und... Und... Ihr seht dabei halt den Screen, ich weiß nicht... Hintergrundmusik oder so oder... Vielleicht macht euch keiner, weil die einfach übelst laut ist von... YouTube. Also, die ist mega laut von YouTube. Wie man sieht, also das mache ich dann... Die mache ich dann meistens einfach nur irgendwie... So. Und... Es geht los. Lea, wie findest du unseren YouTube-Account? Gut. Okay. Glaube ich dir. Los. Äh... Achja. Wie findest du dieses Jahr, wie die Deutschen, äh, die... Der SV Hermslo spielt und freust du dich schon auf der Spiel heute Abend, äh, Deutschland gegen... Egal. 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 Ja. Für sich, für sich. Kann ich das. Also... Ich... Hallo. Kannst du hier hin? Achja. Ähm... Also, unsere Männer spielen scheiße. Das ist dieser letzte Tabellenplatz mit... Null Siegen, eine... Ähm... Unentschieden und 5 Niederlagen und letzter... Äh... Tabellenplatz. Und... Das ist... Mäh... Ja... Scheiße. Die... Also, es könnte sein, dass die... Absteigen, oder? Was findest du? Ja, die... Nächstes Jahr... Guck ich... Weil wer... Kann die absteigen. Hä, doch. Ja. Mäh. Hoffentlich. Falls die anderen den Aufstieg unten noch wahrnehmen. Ja. Weil das ist dann auch wieder so... Fünf Flieger... Vielleicht gewinnen sie ja auch... Nee, ist das... Ja, ja. Die gewinnen sie. Ja. Wovon träumst du, ne? Schon dann. Ja. Ich glaube ich... Nein. Adi, glaube ich... Ähm... Auf jeden Fall. Und dann auch das deutsche Spiel. Da freue ich mich mega drauf. Ja. Du hast gemeint, du guckst das ja eh nicht. Ey, Mann. Nee, das war jetzt ernst gemeint, wann? Ja, dann will ich heute Abend ein Bild auf uns abgeschickt kriegen, dass du das Spiel auch guckst. Ernst? Ja. Ich hab mein Handy dann keinen Akku mehr. Jaaaaa. Hier hab ich wieder Clash Royale durchgesucht. Wie ihr wisst, wir sind große Handfassen. Ja, das ist... Vor allem... Ja, Kier. Und da ist Kielfeld und Reneckerlöwen für dich und auf jeden Fall geht es weiter. Was findest du gut an Handball, so dass du angefangen hast und wieso hast du angefangen? Wieso ich angefangen habe? Was ich an Handball gut finde, sind eigentlich alles gut. Aber sind eigentlich gut, dass die Handballer bodenständig bleiben, zum Beispiel jetzt mal roggisch, der bleibt bodenständig und gibt halt den mit seiner Kohle an. Ja, also es ist wirklich so, wenn du jetzt guckst, Götze, so schön Lamborghini geleistet und alles. Ich meine, der fährt normal BMW, Olli. Ja gut, normal ist es. Ja, aber der fährt auch mal in den Tiefen. Ja, das darf ich nicht angeben. Ja, der siehst ja nie mit dem Auto, der fährt ja auch nicht im Bus. Okay, und wieso bist du zum Handball gekommen? Dank dem Sprecher, dass du und meine Kommune, die hat in der Saison 2015 aufgehört und ich fand das schon damals geil, mal so in den Spielen hinzugehen und mich zu unterstützen. Und dann, Paul, bin jetzt auch auf den Profi-Handball gestoßen. Also eigentlich durch den EM-Triumph-Gewinn dieses Jahr, der deutschen Handballer, bin ich auf den Handballer-Sport gekommen und Paul hat mich dann überredet, beim SB-Handball-Sport zu spielen, die ich vorher schon unterstützt habe. Und ja, ich finde es geil. Ich habe jetzt auch einen Augeleiter, der hat leider aufgehört in der Saison, wenn er das so angehört hat. Ja, in der Saison 16-17, der hat mit in der Saison aufgehört, ähm, Hürgel. Und ja, das ist eigentlich wie so ein zweites Vorbild mit Roger und ich finde es ja geil, weil der hat Angebot für uns. Ja, okay, glaube ich. Wie findest du, dass... Wie findest du, dass... Nein, das ist mir. Nein, Spaß. Wie findest du, dass... Hier steht gerade niemand, was er gerade macht. Wie findest du, dass ich Hürgel und Rogge schufze. Ähm, also... Ja, bei Rogge gibt es nur eigene Probleme, aber... Also, ich find's bei Rogge gut, weil er war echt ein... Weltmeister 2007 im eigenen Land. Ja. Er war echt ein mega guter Handballer. Das ist jetzt nicht als ich das gemacht, weil ich muss einfach nur lachen, weil du mich anlachst. Okay. Ähm, bei Hürgel finde ich es an sich gut, weil er 10 Jahre Tradition bei SB-Hermsdorf und das ist mega. Und jetzt noch das 11. Jahr bei dem Motortreiber. Er spielt nächstes Jahr mit Heilwagen und... ...tun wir nächstes Jahr zusammen in der Motortreiber. Da werd ich dann eher zu den Motortreiber gehen, anstatt zu den SB-Hermsdorf. Okay, zu dem werd ich auch noch gehen, aber... Aber bei... Da kann ich uns dann richtig abgehen, Alter. Da werden die OP sein. Okay. Was sagst du dazu? Der wird rogisch. Okay, das kann ich dir nicht glauben, weil du am Anfang aber auf den Boden gehackt hast. Ja, komm, aber ich hab meine Meinung jetzt auch zu ihm geendet. Ja. Komischerweise. Keine Ahnung warum. Deswegen, aber das mit Hürgel glaub ich dir, weil du... Ja gut, auch nicht seit 4 Jahren. Weil ich meine, da waren wir beide 3 Jahre. Was sollen wir da schon mit Handballversuchen gehabt haben? Du, mit 3 Jahren saß ich auch schon in der Halle, aber hab halt nicht die SB-Hermsdorf-Spiele gekauft, sondern die von meiner Versuche. Ja. Ach, das war bei mir nicht so. Also ich konnte da noch keine Spiele gucken, weil... Ja. Ja. Gut, du bist dran. Du war gut. Ja. Wenn ich eine Notlüge hätte, zum Beispiel zu anderen Mädchen Leuten, und du es wüsstest, würdest du mich verraten? Nein. Oder würdest du es nicht verraten? Ja. Ja, weil... Wundert euch nicht, warum wir hier lachen mit Satina-Kartenbehefte, aber deswegen... Vom Handball, deswegen... Also ich würde dich nicht verraten. Glaubst du? Äh... Weil wir sind richtig gute Freunde und so. Ja, die anderen ärgern uns. Das haben die auch bei mir unten gemacht. Ah, okay. Äh... Ich werde das rausschneiden, falls man das im Video gehört hat. Ja. Ähm... Wie findest du, dass ich mit Handball angefangen habe, das mit den anderen... Also statt der anderen Meinung aus unserer Klasse. Du bist glaube ich der Einzige, der das okay findet. Also ich finde es... Ne, Niklas findet es auch okay. Aber mit Hügelschwein, ja. Naja... Er weiß ja selber nicht mal mehr, was Hügelschwein ist. Ja, mach ich, weil... Äh... Äh... Der weiß es ja auch nicht. Der weiß nicht, wie es zu Männern geht. Er war ja nur bei seinen eigenen Spielern. Ja. Ja. Spielen und... Ne? Ja. Ja. Die sind besser. Ja. Wir können sagen, wir haben schon bei den Großen. Ja. Ja. Mit Cedric. Ja. Cedric Schwalber. Also das ist jetzt egal, ob ich seinen Namen nennen, weil... Das sind ja... Hartballer. Oder Sportler. Okay. Profisportler kannst du jetzt nicht sagen. Ne. Aber das kannst du in der 5. Liga, 4. Liga und 3. Liga vom Fußball auch nicht behaupten. Ne. Das ist irgendwie irgendwas... Mehr wäre als Fußball... Äh... Als Handball. Also das ist... Also ich bin mittlerweile Fußball schon geiler. Äh... Handball schon geiler als Fußball. Interessieren mich schon gar nicht mehr für den... Nicht mehr so richtig für den FC Bayern München. Wenn dann schon mehr für... Löwen. Äh... Quatsch. Jetzt kann ich ja sagen, dass man hat die Wochenende. Äh... Rhein-Neckar Löwen. Bayern nur noch selten. Aber... Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil jeder hat seine Phasen und... Jeder hat sein Sportleben, wie er lebt. Ja. Auch an euch da draußen. Auf jeden Fall. Ähm... Deine Frage war ja schon raus. Ja. Welche war das noch? Weiß ich auch nicht noch. Ah ja. Wie findest du, dass ich mit Handball angefangen hab? Ja. Ich hab ja schon gesagt... Gut. Weil ich hab dich selber zum Handball gebracht. Ja. Äh... Was soll ich denn das sagen? So scheiße, Digga! So scheiße! Ich musste noch was sagen. Heute war noch unklein, als wir Basketball gespielt haben. Sagte Frau Einige... Ähm... Das ist das. Ja. Ich hab's mir danach... Ja. Ich hab's halt einfach... Wunder. Also wenn sie sich zwischen den beiden Sportarten entscheiden müsste, dann wäre das... Hat was. An die Nasen ja schon mehr hingewirrt. Nein. Ja. Ja. Also bei... Zehn! Fucking! Views! Und einen Daumen hoch! Das ist ja nur das Video, ja nur. Oder sagst du das? So können wir ja noch weitermachen. Wie viele Minuten haben wir. So können wir ja noch weitermachen. Ich hab' das denn jetzt und da! Untertitelung des ZDF, 2020